Hey, das war Markus. Schön, du kommst. Komm rein. Danke. Super Wohnung. Was ist das? Mit der Studentin-Seite. Ich will auch wieder Poster an den Wänden. Gemütlich, ja. Naja. Oh, mach mal auf, bitte. Ah, wer ist das? Das ist die Besitzerin von der Wohnung. Hey. Hallo. Hallo, jetzt hab ich doch was vergessen. Ah, ja. Kein Problem. Kann man da da mir irgendwie helfen? Ja, nee, danke. Können wir dir vielleicht was anbieten aus deiner Hausbar? Oh, ich glaub, da sind ich bitte holen. Ein feines Dessertchen vielleicht. Fritsch aus der Leitung. Ich muss los, danke. Tschüssi, viel Spaß, ja. Danke. Entschuldige. Ich traufe das irgendwie. Hast du Stress zu Hause? Nee. Dann bin ich nicht gut drauf.